Warum seid ihr eigentlich so ewig weit weg? Weil du... Du bist weit weg. Wir sind an exakt dem Leuchtturm, an dem wir letztes Mal ausgelockt sind. Ja, du bist nur knapp 6,26 Kilometer weit entfernt. So weit war ich nur nie weg. Du bist ja am Ende des Kontinents. Das ist ja schon nicht mehr Schweden. Ja. Meine Fresse, du. OBS hat sich aber total zerschossen, ey. Ich habe nur die Kameraauflösung geändert, ey. Unfassbar. So, warte mal. Jetzt muss ich eine Sache noch machen. Das habe ich natürlich irgendwie nicht mehr geschafft jetzt. Gib bitte. Super. Komm zu uns, hier ist das Wetter besser. Jo. So müssen wir eigentlich noch ein bisschen rumschlachten, um noch ein paar Karten zu sammeln. Rumschlachten um Karten? So was sind denn für Karten? Ja, damit man in diesen Bunker-Märkten reinkommen. Hm. Ja. Jo. So, ich dachte rumschlachten wegen des neuen Boss-Updates. Weil, äh, hört man mich eigentlich gut? Also, ja, bei euch wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, ob man mich im Stream verünftig hört. Warte mal ganz kurz. Ich muss mich mal ganz kurz lauschen. Wo ist denn unser einziger... Wo ist denn unser einziger... Oh Mann, danke. Du hast dich erschrocken? Du hast dich erschrocken. Du hast gesagt, ich bin verletzt. Du hast dich weggeschleudert. Du hast dich weggeschleudert. Alles klar. Ja, ich höre dich doppelt. Ja, weil ich den gerade nebenbei den Stream nochmal angemacht habe. Okay. Also, Meister, der... Machen wir hier eine Fahrradtour? Oder was machen wir? Also, warte mal. Wir waren hier und ich glaube, er hatte gesagt, hier gibt's noch was zu finden, ne? Gehen wir mal in die Häuser rein? Hat er ja nicht gesagt, hier gibt's zwei Sammelgegenstände noch zu finden? Das weiß ich nicht zu glauben. Die nicht auf dem Ding drinstehen. Was war das hier? Ich meine, ja. Hallo Armin! Huhu! Wir wollten gestern spielen, aber ich hatte natürlich extra hier für all die Leute, die total süchtig auf diesen Kanal kommen und darauf gehofft haben, dass wir spielen, hatte ich eine Nachricht hinterlassen. Also, meine Family, sprich mein Sony-Man, meine Frau und ich, wir haben gestern komplett flachgelegen und haben richtig fett Magen-Darm gehabt, alle. Bevor du weiter Gruselgeschichten erzählst, hier liegt der Kassette. Sammelgegenstand. Okay, ich wollte gerade zu den feinen Details kommen. Auf dem Schlagbrett von hier lag die? Also, ich hatte auch mit Special Effects, hatte ich geplant. Warte eigentlich, warte, war so. Ich glaube, es geht schon wieder los. Da habe ich eine Kassette. Was macht ihr dann auf dem Schachfeld? Weiß ich nicht. Welches Schachfeld? Sammelgegenstand ist das. Ja. Darfst du nicht? Oh, guck mal, da hätte hier coole Button auf der Jacke. Ranuri hat böse, laute Worte gehauen. Mein Schatzi, leider, das liegt daran, dass ich gerade bei OBS die Kameraeinstellung geändert habe. Ich habe nur mal geguckt, eine andere Auflösung hat mir komplett OBS verschossen. Darum fangen wir ja sozusagen gerade erst jetzt an, weil OBS komplett die Kamera nicht mehr erkannt hat. sich nicht mehr runterfahren ließ. Ich musste den Rechner neu starten und der Rest war, ja. Muss ich erst mal gleich die Spucke Spritzer fahren und den Monitoren entfernen hier. Alter Schwede, sowas kopf mich mal total. Aber weißt du, du nichts ahnend denkst du so und dann guckst du einfach mal. Und danach geht nichts mehr. Und das zwei Minuten vorm Stream. Geil. Ja. Und die Baldrian-Tropfen nicht vergessen. Die Baldrian-Tropfen helfen da leider nicht mehr, weil streng genommen... Die sind vom Aufstellen bedroht, die kleinen Zecken. Da habe ich schon. Das ist nicht dabei. Eine Kassette haben wir schon gefunden und ich glaube irgendeiner unserer treuesten Zuschauer meinte, es gebe hier zwei, nämlich einen noch, der irgendwie nicht auf der... auf der links steht. Muss ich jetzt alle Häuser wegen euch absuchen? Oh man. Konnte man da... Nee, man konnte weiter weg, oder? Da war das noch irgendwie. Waffen, Emissionen. Habe ich ja mal eine Einstellung in die Rivalen? Das ist ja auch so neblig. Von Musik würde ich sagen, passiert gleich was. Ich höre schon Knatter. Ja, das ist aber keine laute Musik. Ein klein wenig abseits der Häuser sollen noch ein Sammeln gegen den Fernseher finden. Weißt du was? Hauptsache du erwischst den Fernseher, oder was? Ey. Ich habe dir gerade den Hintern gerettet. Du hast fast angeknarzt. Nee, du hast den Fernseher zerschossen, dann hast du mir den Hintern gerettet. Ich habe es genau gesehen. Ja. Prioritäten muss man sonst schon setzen. So, irgendwie ist das Spiel heute bei mir neblig, aber ich habe auch gerade irgendwo in meiner Einstellung rumgespielt. Ach, Einstellung heißt das jetzt? Ja, wir haben auch gehört. Genau. Ich weiß. Ich habe gehört, dass du Luft geholt hast. Ich habe es nicht verlöst. So, hat von euch schon einer was gefunden? Armin verarscht uns noch wieder, oder? Ja, wahrscheinlich. Der sitzt jedes Mal zu Hause, beäumt sich über uns. Ja, ein klein wenig abseits der Häuser. Pass auf, es gibt ja einen solchen Tipp. Baum. Ja. Oh geil. Wie bei Ace Age. Nee, was war das? Ein klein wenig abseits der Häuser. Das muss ja normalerweise, muss ja irgendwas da sein. Also der liegt ja nicht einfach so im Wald, sondern irgendwie ein Fels oder ein Boot oder irgendwas muss er ja in der Nähe sein, würde ich mal sagen. Aber ich gehe mal zum Wasser runter. Genau. Sag dir auf einer Landzone. Ist das richtig? Ich habe vorbeigerannt, die anfängliche Richtung, das war vor fünf Minuten, Armin. Die anfängliche Richtung? Ja, der Stream ist ja ein bisschen verzögert. Weil ich nämlich erst in die Richtung gelaufen bin, in der du da jetzt stehst. Ach so, da war ich ja so richtig. Och man. Warst. Warst. Vielleicht kann ich ja hier mit dem super Späauge... Die anfängliche Richtung. Was haben wir denn hier schön? Oh, hier ein Sammelstein! Nein, nein, nein. Hat man nicht schon im Leuchtturm und Sammelgegenstand gehabt? Nee, er sagte ja abseits zu Hause. Ach so. Genau, wir machen so eine Art Geocaching jetzt. Ich habe einen Zaun gefunden, den nehme ich mit. Hallo Ranuri. Ich habe mich in die Kamera gewunken. Oh mein Gott. Pitch, pitch. Pitch, pitch. Der will uns fertig machen. Ich weiß es ganz genau. Wie immer. Weißt du, jetzt suchen wir die ganze Zeit hier nur, damit wir keinen Rivalen herauslocken können. Weißt du? Kommt mir sowieso nicht. Wir wollen immer ewig, bis die Schichter tot sind. Ich habe ihn, aber ich kann ihn nicht looten. Das ist ganz super. Ach, den Zwerg. Mhm. Warum nicht? Ach! Kann ihn nicht looten. Ich auch nicht. Eure Kiste vorhin entdeckt, die konnte man auch nicht töten. Kann ich ihn runter schießen? Drei, zwei, eins. Oh, das haben wir den Gegenstand aufgehoben. 250 EP. Hey! Und ich sage immer, Gewalt ist eine Lösung. Und er hat hui gerufen. Das hat mich leider ein bisschen an meinen Sohn erinnert. Das dämpft den Spaß ein wenig. Dabei war da gar kein Trecker. Cool. Vollgefunden, Allah. Oh, zwei von zwei. Gute Quote für heute. Zwei von eins. Das ist ja viel besser eigentlich. Stimmt. So. Also, Herr der Karten. Erzähl dir was. Wir sind hier unter Schlupfern. Fertigkeinen Lock. Wir haben Hauptmission Zufluchtsort. Das ist immer noch die von ganz am Anfang. Feldzugsplan müssen wir immer noch. Hermelin, Utter und Merten. Merten? Ja. Für Merten müssen wir in der Waldregion Maschinen zerstören und drei Barcode-Karten zu erhalten. Und unsere Hermelin müssen wir auch Schlüsselkarten sammeln. So, Moment. Wo müssen wir denn das? Alter, kann das Ding mal aufhören. Das kann doch keine Sau lesen, so. Was soll das denn? Wird bei euch auch links von uns da in diesem Kreis eine Sehenswürdigkeit jetzt angezeigt? Ja. War das abgearbeitet? Alter, soll das so sein? Das kann doch keine Sau lesen. Schwierig. Ist auch. Oh, mein Gott. Verschaffet ihr den Vakuumschlüsselzugang zum Bunker Hermelin? Da haben wir aber schon, da haben wir aber schon drei. Also das kann nicht das Problem sein. Wir müssen jetzt noch zum Bunker, glaube ich. Und Merten in der Waldregion, da müssen wir noch hin. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Äh, die Gesundheit. So, Nordkistenregion. Das ist ja die... Da sind wir jetzt, da sind wir jetzt gerade. Das sind wir jetzt genau. Und wo soll die Vakuumschlüsselung sein? Die Wald. Die Wald. Die Überwald. Marsch. Waldregion ist südlich von uns. Ackerland, Waldregion. Ach ja, genau. wer solche worte schreibt okay aber da wäre da wäre jetzt herr melin hier da auf der 1 und der schlupf bei der kirche von albi das ist eine wehkreuzung rechts von der 1 die kirche von albi und schnell reise und wir wollen da doch nicht hin aber vorher wollte ich eigentlich ja genau und leider habe ich da kein speicherpunkt wo wir gerade stand 6,1 kilometer das war das so schön geht es schon der stream das wird hier mehr stream und der kleine dicke von dem an zwei dörfer weiter wenn schon denn schon ja dann der große dicke und zwei dörfer weiter guck mal ich kann mit mir selber reden sagen was war das denn ja das handy war auch voll laut was ist das jetzt eigentlich für eine waffe das ist der und das ist die mega puste sehr gut feuerwerk ich bin auch da oben oder um zwei schüsse zwei drohen genau in laufrichtung ernsthaft ich bin über dich rüber gelaufen und kriegt feilschaden nein das war kontaktschaden das homophobes spiel kontaktschaden wie das mann berührt man spielt das spiel ja in den 80ern genau da ist das mit homophob ist noch so was haben wir da jetzt könnten wir natürlich total geil die fahrräder gebrauchen was mongabonga mongabonga genau immer noch herzlich willkommen immer noch in den 80er wenn wir von afrika reden sagen wir hongabonga homosexuelle sind immer noch schwuchteln und eigentlich bis heute ist alle noch ein bisschen tülle die haare drehen neon rosa oder so hier würden wir jetzt direkt den berg hochlaufen ob das zielführend ist ein kleines sträßchen 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 sprache leute das ist ja das ist ja was für den duden hier ein sträßchen das hatte ich doch letztlich das habe ich da noch geschrieben gamerduden genau der gamerduden ein sträßchen solche dinge gehören da rein quelle kann da findest du denn ein sträßchen ein sträßchen ich glaube da müssen wir nicht rein oder oder meinst du das ist schon hermelin doch das ist schon hermelin gerade kontakt aus osten das kann das ja das muss uns ja nicht was kann was zum lesen machst du mal ich bin ich bin total der meinung dass wir da schon mal waren aber hier liegt was zum lesen oder deswegen hast du doch und ich will vor allem was knappen wo ich das zum lesen hier an der tür also nicht an der tür neben der tür unter dem ja genau das hängt nicht dass weihnachten die nachricht besagt barcode system kompromittiert wir haben es deaktiviert eintrag über verbale bestätigung am östlichen eingang direkt blöd das heißt wir haben jetzt wir haben jetzt wir haben augens gett me in melon let me in ja genau melo sprich freund und tritt ein am östlichen eingang was wird wohl der erste eingang sein das hier und oben hier durch macht mir die seitentür ja alter war hier was drin doch eine kiste ist hier noch mal bei mir nicht genau hier geht es weiter hier ist auch noch kiste drin was soll das jetzt einer angerempelt hier denn das ist schon lange nicht mehr in der nähe da steht kein mensch ja ich habe gerade ein hinweis dass wir wohl keine zugangskarten gesammelt hätten ich weiß nicht was ich sagen will der hinweis ist schon ein bisschen älter aber okay ach so ja ich ja das voll dunkel hier drin ich habe angst ich will da und wie geht es raus wir wollen ja nicht raus wir wollen den feldzug plan haben aber nicht ohne zugangskarten genau das wird schwierig nein es geht um eine verbale bestätigung das heißt wir müssen irgendeinem soldaten den kopf abreißen und dann von unten in den hals pusten und dann spricht er sozusagen den code von unten in den hals- und unten in den� herzlich willkommen bei der halloween edition von��라 라는 gleiche an ja wir machen doch hier schon an ja das musst du dir ordentlich angewöhnen manchmal spiel zu sehr im dunkeln ich weiß nicht ich weiß ja nicht nur man mungelt kann mungeln ist das sowas wie google oder naja naja wie sowas wird jetzt bei uns eklig ich verstehe das gerade alles nicht immer kann ich die augen hat er jetzt jemanden gascontainer eine karte gesucht oder ich war die ja da drin was hat irgendjemand gehört aber da hinten ist niemand jetzt wird es ekelig sage ich ja verstehe ich nicht wir haben aber immer noch den östlichen eingang nicht gefunden oder sich das jetzt ehrlich also hier braucht man ja noch nicht wirklich diese drohne aber ich würde ja ja hinter der tür immer auf den zugangskarten eine zugangskarten also wir haben die weil die zugangsdaten doch die aktie die zugang zugänge sind deaktiviert darum müssen wir doch in den östlichen eingang ich weiß nur halt nicht auf die hier jetzt irgendwie weiterkommen wenn wir die ganze zeit reingehen wo doch eigentlich zum östlichen eingang ist obwohl wir das zielstrebe nach westen laufen hier genau also hier ist zumindest irgendeiner der westen ist das jetzt hier stehre das wäre aber der westliche eingang wahrscheinlich naja je nachdem wenn du jetzt direkt reingehst wäre das der östliche eingang wenn ich rückwärts reingehe dann das wäre das ist der westliche eingang geografisch das heißt wir müssen eigentlich auf die andere seite dann lass es doch probieren naja klar dass armin sich gleich sich diese gelegenheit nicht entgehen lässt östliche eingänge findet man das schwerlich im westen danke einmal mit profis das wäre voll langweilig mit darauf habe ich lieber diese kleine stuoges gruppe zusammengestellt damit du dich über so übermächtig fühlst ja genau er sucht dir zwei idioten glänze nachdem man letzte woche auch wen in die schweiz gesetzt hat spiel ist auch keine witzig klappe halten ich habe neben der schweiz nicht kriege gerade wahrscheinlich innen das sieht auch nice aus darum habe ich irgendwas aber das leuchte doch was genau mach doch mal licht an das ist zu dunkel macht das licht aus ist zu hell ihr klein ihr kleinen spacken kinder oder ich habe ein glühwürmchen das auch waffenkiste meine auch kein mensch wo er was lila fern die fern die fern die fern das nehme ich doch mit ich kann wo kampf einmal wir machen schon mal mit der quest weiter wenn du dich noch darüber froh ist dass du keine adrenalin brauchst ich habe auch kein adrenalin die hat hier mal die tür kaputt gemacht auch unfassbar es gibt noch mehr aber wo da war einer da war noch sehr gut ich vorne steht an der weg ich bin mir da wenn ich dich getroffen habe das war halb absicht sozusagen versuchte es mit dem kopf und dem rauchen durch die stimmen wenn er vielleicht klappt das ja ich bin ja ich glaube wir hätten das noch so eine tür die so einladend blau hier ist bestimmt gleich zu ende was war das denn alter der hatte der hat den großen batterie pack in der hand und läuft und läuft und läuft und läuft ich habe ein neues akku update wo wir wieder waren 80er jahre die durazell werbung läuft und läuft und läuft und ich habe das probiert das stimmt gar nicht durazell war mit der spitzen haben in 80er für irgendwelche leute mit ich bin bürger und roten werden soll ich sagen er sagt nur fahrt finde du hast ja ich glaube ich sollte ich nicht neben den typen stehen abgesperrt können wir nicht hier kommt die vorhanden so eine zombie höhle überall schnader hat das Oh ja, geil. Wir hatten schon lange keine Gasböhle mehr. Ist das eine hier? Sieht so gelb aus da hinten. Ja, das hier ist auf jeden Fall eine. Alter, kannst du mal sterben? Pissfähig. Der ist ja immer noch nicht tot. Alter. Ich muss mal ein Inventar nach Gasmasken suchen. Das heißt Atemschutzgerät. Fertigkeit, lockt, Profil. Was? Atemschutzgerät? Atemschutzgerät. Gesicht? Nee, nicht Gesicht. Fertigkeit, lockt, Profil ist das, ne? Ja, genau. Brille. Gasmaske, grün plus. Augenklappe, Pirat. Boah, ich finde die Gasmaske so essend. Besonders wenn jetzt ständig irgendeiner vor mir rennt. Affenkiste. Ne, ist nix dolles. Aber hat jetzt hier irgendjemand mal einen Schalter gesehen oder sowas? Ne. Uuuuh, ich stürbe gerade. Eww. Da hat irgendjemand was Schlaues gefunden da drin jetzt? Ne. Nicht wirklich. Ne. Scheint tatsächlich nichts Aufregendes drin zu sein. Außer dieser blöden Waffenkiste, in der irgendwelche grüne Latten drin hängen. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. So, das heißt, da geht's weiter. Jetzt tut mir echt leid, aber der Revolver klingt mit dem Dingens hier, mit dem Schalldämpfer, klingt ja total lächerlich, wie so eine Erbsenpistone. Geht gar nicht. Geht gar nicht.